Willkommen zurück zu Mario Kart 8 Online. Wir fahren heute mal mit Yoshi, sind im ersten Rennen gerade mal sechs Leute und so wie der letzte Part geendet hat, fängt er an, nämlich mit dem Regenbogenboulevard. Ja, Fails voraus und wir haben, ich bin hier wieder der einzige Deutsche, dann haben wir Japaner und Franzosen und ein Japaner hat 4400 Punkte. Super Voraussetzungen, sollten wir den aber schlagen können, würde das ordentliche Pluspunkte geben. Aber dieser Regenbogenboulevard allgemein, die Strecken waren ja noch nie mein Fall, da ist immer irgendwas passiert, dass ich ganz weit hinten gelandet bin und wenn es meine eigene Dummheit war, von der Strecke zu segeln. Ey! Rosalina! Zisch ab hier! Abmarsch! Nein, 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 kein guter Panzer. Bom, bom, bom. Eigentlich ist es besser, den immer nach hinten zu werfen. What the fuck? Ey, Alter, ich hab dich voll getroffen, wie kannst du so schnell weiterfahren? Du Cheater! Du Cheater! Zweiter? Wieso Zweiter? Okay. Keine Ahnung, wo Rosalina abgeblieben ist, mir auch wurscht. Ich bin Zweiter geworden. Plus 5 Punkte, ja leider, weil dieser 4400 Japaner wäre vom ersten Platz gewesen. Wer wäre der Zweiter geworden? Ich Erster, das hätte mega fett Punkte gegeben. Es sind etwas mehr Fahrer geworden, wir sind nun zu Zehnt. Und auf Marios Piste können wir nochmal gucken, ob wir den Japaner schlagen können. Wir können der mit... Morten ist das. Morten fährt. Nein, ich wollte ein Item. Lass die Banane nicht. Los, Mario. Wollte ich gerade sagen, da hat er sie schon losgelassen. Aber, wenigstens hat er mich nicht getroffen. Item, Item, Item! So, ich will das Item hier. Ja, gut. Zwei rote Panzer. Einer vor, einer zurück. Und ein Pils. So, hier Marios Banane. Oder? Ne, das war glaube ich gar nicht Marios Banane. Das da war Marios Banane. Und der Japaner ist runtergefallen. Was ist denn los? Ich bin Erster. Okay, Yoshi, das müssen wir jetzt verteidigen. Hast du gehört. So, wir haben schon mal einen Schutz. Das ist schon mal sehr... Gut. Runter mit den Panzern hier. Ich behalte jetzt diese Banane. Wir sind Erster. Wir sind ohne Schutz. Okay, guck mal. Schutz. Nein, 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 nein. Oh, Halleluja. Da hinten geht die Post ab. Nein, komm Yoshi, komm Yoshi, komm Yoshi. Go Yoshi, go Yoshi, go Yoshi, go Yoshi. Okay, Schuss. Komm schon. Komm schon. Oh yeah, oh yeah, yeah. Number One, Baby. Wenn das jetzt nicht ordentlich Punkte gibt. Plus 16? Komm schon, ich hab den 4000 Japaner geschlagen. Wahrscheinlich, weil die anderen so wenig Punkte haben. Aber trotzdem, plus 16 ist ja jetzt auch nicht gerade wenig. Wir sind noch acht Fahrer und der nächste Regenbogen Boulevard steht uns schon wieder bevor. Na, dann gucken wir mal, was wir hier so erreichen können. Nein. Nein, 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 nein. Ich will den Boost nicht. Wann ist ja jetzt auch nicht? Schon klar. Wieder auf den Armen kleinen. Kleinen. Vielen Dank. Das finde ich jetzt uncool. Komm schon, wir schlagen uns echt gut. Wir sind Zweiter. Warum auch immer, weil die sind hier zwei vor mir. Das kann jetzt nicht so wirklich passen. Oder überrunde ich hier schon einen. Kann sie jetzt auch nicht sein, ne? Ich glaube, ich habe niemanden getroffen. Ich glaube, er ist mit dem Stern ist da reingefahren. Äh. Ja, ich kriege einen Panzer und schon ist er wieder. Ja, ist okay. Leute. Na. Was ist denn jetzt los? Ihr habt sie wohl nicht mehr alle. Ey, die haben einen Vogel hier. Ja. Jetzt kriege ich schon einen Kugel, Willi. Lass mich jetzt nicht in der Kugel raus. Ja, vor dem Item. Danke. Ja, super. Und ich werde mit einem Pilzchen hier abgespeist. Lass mich wirklich so als Sechster durchs Ziel. Ja, das... Wir waren echt super dabei. Und dann kam alles auf einmal. Schade. Nur noch fünf Leute sind wir unter 4.400 Punkte. Japaner ist auch raus. Und da wir nur noch zu fünft sind, sollte ich gucken, dass ich eine sehr gute Platzierung hinlege. Zweiter Platz sollte drin sein. Oder sollten wir erreichen. Denn ab dem dritten Punkt, je nachdem, wer dann vor mir ist oder hinter mir ist, könnte eventuell Minuspunkte geben. Weil ich jetzt hier einer mit den höchsten Punkten bin. Rosa Gold Peach klaut mir hier das Item. Jawohl. Dafür gibt es ein paar auf die Backen. Sehr schön. Danke, Rosalina. Schwarzer Dino. Wäre doch mal eine Idee für eine neue Farbe, oder? Für Yoshi schwarz. Der Goff. Yoshi. Und wieder ist mein Panzer weg. Also wirklich, das wird sich nie ändern, oder? Ich kriege einen Panzer und eine Sekunde später so weg. So, passt auf. Gleich ist er wieder weg. Ja, Münzen. Okay, ich habe irgendjemanden getroffen. Ich habe den einfach random weggeworfen. Aber es ist doch schön, dass der was trifft jetzt muss. Das Ding drehen. Aber gut, wir sind noch auf dem zweiten Platz. Hinter mir habe ich jetzt gerade keinen gesehen. Uh, drei grüne Panzer. Das ist sehr gut. Die werde ich jetzt erstmal behalten. Sagt mal, Freunde, was ist denn mit dem blauen Panzer hier? Den könnte ich mal als Hilfe gebrauchen, um den ersten hier noch einzuholen. Seid mal sozial. Gebt mir mal ein. Jetzt ist er gleich durch. Jetzt brauchte er mir keinen mehr geben. Aber gut, zweiter Platz. Damit gebe ich mich voll und ganz zufrieden. Plus fünf gibt es dazu. Das heißt, wir haben jetzt wieder plus eins. Da es in der letzten Runde minus vier gab. Und mal gucken, wie es im letzten Rennen für unseren Yoshi laufen wird. Immer noch zu fünft. Letztes Rennen im Mario Kart Stadion. Ja, der Power Start wird es nicht so gelungen. Na gut, ist ja noch alles drin hier. Ist noch alles möglich. Jawohl. Gut, den letzten habe ich nicht abgefeuert. Der ist dann wieder auf mysteriöse Weise verschwunden. Aber ich habe einen getroffen. Ach, wir müssen. Hier, diese Emma, die hat glaube ich 2700 Punkte. Ich habe 2400. Die anderen haben alle 1000 bis 1500 Punkte. Das heißt, wir zwei müssten eigentlich, um unsere Punkte zu wahren, echt eine gute Position herlegen. Ja, gib mir die Windschatten. Dankeschön. Emma, was soll denn das? Ich habe zwar gesagt, wir müssen eine gute Position hinlegen, aber du konntest ruhig hinter mir bleiben. Ja, komm doch, Red Shell. Ich habe keine Angst vor dir. Das war schlecht. Das war sehr, sehr, sehr schlecht. Ich muss vor dem bleiben. Ich muss ihn überholen. Jetzt konnte ich natürlich die Abkürzung nicht gut nehmen. Kumpel. Tobi Nasim. Jetzt hört sich überhaupt nicht französisch an. Das passt nicht zu deiner Flagge, der zählt. Dürfst du mal den Namen bitte ändern. Spaß. Aber guck mal, hier, kriegst du ein Bom-Bom. Ein nettes Geschenk von mir. Für dich. Okay, Green Shell benutze ich als Verteidigung. Ich weiß jetzt nicht, was er gekriegt hat. Ich hoffe, kein Pilz. Ah, sieht gut aus. Zweiter Platz für Yoshi. Plus vier, damit gebe ich mich zufrieden. Das war ein schöner Part. Unser Yoshi hat einiges an Punkte gut gemacht, hat einige Punkte bekommen. Einmal gab es Minuspunkte, aber insgesamt bin ich total zufrieden. Wie gesagt, das ist echt mein absolutes Glückscard. Ich kann mich da nicht beschweren. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020